und dann sind wir wieder mit der runde hier die aber zwei im hardcore style ich hatte glück ich hatte glück jawohl ich habe nämlich hier gerade bei der kollegin mal ebenso ein stab ein zepter gefunden mit plus zwei zu heiliges feuer und das habe ich dann eben gekauft das war nicht so teuer wie das andere was ich da mal gesehen hatte aber immerhin plus zwei heiliges feuer haben wir jetzt sind wir schon mal wieder ein bisschen besser und jetzt gehen wir noch mal zum schwarzen moore jetzt suchen wir mal im dunkelwald nach dem geschisse ich hätte einfach ganz gerne immer die eine tage ist natürlich geil ich hätte ganz gerne die die dings hier die wegpunkte jawohl die dornkoll nämlich auch mit hier kommen und nehmen die ist nämlich hoch und im jungen sehr wichtig ist sehr wichtig ich weiß wir müssten eigentlich müssten wir zum zum feld der steine aber ich möchte jetzt eben hier mal eben schnell hoffentlich irgendwie den wegpunkt finden verdammte scheiße wissen sie haben wir nicht gefunden das ist sehr dämlich eigentlich ich verstehe es nicht ich verstehe ist nicht leider doch der kleine wir sind da einfach dran vorbei gelatscht dann gehen wir jetzt ins feld der steine und wenn man hier die steine stein steinigen für freien mal eben hier wir holen mal eben den den deckrad aus der hose denke ich mal dass wir das mal eben tun ich war so ich weiß es nicht welcher der richtige ist das war so klar so genau wir retten decke altes haus komm raus wir holen nicht na ehrlich du sagst du was das ist aber tragisch hier du da sind wir echt trage schuldig dass wir hier getragen wurden schlüssel ja gefährdet ding erst mal ein bisschen außenrum hier gucken wir mal was die sache ist wollen wir mal schauen schauen wir mal wollen und wir gucken einfach mal was die sache ist hier liegt ein kollege den werden wir gleich einsammeln der ist nämlich ganz wichtig hier das wenn da können wir nämlich das bein mitnehmen und ein bisschen gold und das bringt uns nämlich später können wir dann kuhlevel mit zaubern wenn wir wollen wenn wir wollen können kuhlevel holen das beschreibt da ist auch schon der schmied glaube ich der griswold ein paar helltränke können auch mitnehmen können auch mitnehmen also ihr seht schon mit level 7 auf hier heiliges feuer da fällt schon was um da fällt schon einiges um beim einmal einmal bumsen dann gibt es aber nur dieses kleine skillet ich muss beim geld einsammeln dann kann ich ich bin über das verdammte scheiße wer erweckt dich denn hier die ganze zeit der vogel guck mal her du mal so weit weg mir ich muss mir noch mal ein bisschen vielleicht das bein muss ich im fall halten den kann man auch nehmen dann kann man auch mal nehmen das kann man hier reinräumen dann schmeißen weg also das ist wichtiger so dann nehmen kann man ihn stellen und schlüssel ja herzlichen wunsch haben wir richtig was gewonnen hier so was wollen wir hier mitnehmen stiefel vielleicht so was haben wir da verbesserte verteidigung geschicklichkeit geschicklichkeit ausdauerheilung finde ich irgendwie interessanter der eisen hüt schneller erholung nach treffer kälte widerstand naja kann sie ja mal anziehen hier das ding danke bitte oh nein warte das kann sie auch anziehen ne plus zwei stärke danke bitte so und dann kommen mit deckelein mein altes haus verschwindet rasch ja aber zack zack sage ich da nur nicht wahr will ich hier nicht mehr sehen können wir noch was einsammeln nötig wenn man das gemacht denke ich dann haben wir den auten deck hat schon wieder eingesammelt ist schon mal gut und das bein haben wir auch und dann ist alles klar so wie ich punkt war wo waren da jetzt noch mal ich weiß es doch auch nicht mehr verdammte scheiße wollen wir hingelegen hingelegt oder der unten oder weiter oben muss ich habe keine ahnung kalte erben da ist auf jeden fall nicht punkten also wir wissen also eigentlich über alleine aber ich habe es vergessen ich habe es einfach vergessen da oben ist hat er oben ist er schnauze so so ab zu der jägerin jadecki mein freund als zeichen meiner dankbarkeit werde ich gegenstände unentgeltlich für euch identifizieren das ist sehr geil das ist natürlich äußerst geil dann macht man ihm dankeschön ja grüß dich auch wir nehmen jetzt hier verkaufen den wir verkaufen feuerwiderstand und so eine höhe weg angriffswert und scham hier das wollen wir machen wir hier wieder hin dann kommen wir jetzt schmeißen bei dem bogen nicht sicher auch weg weg reparieren haben wir schon gemacht weiß ich nicht guten abend habe ich vertan sorry und habe ich überlegt weißt du man kann ja ruhig selbst wenn das hier abzüge geben sollte wenn wir hier sterben sind wir eh tot also habe ich das wieder hier rein gemacht einfach weil ich nicht lust habe immer was abzuheben wenn mir was fehlt ist ja klar wir sterben eh nur einmal hier also wenn wir sterben dann sterben wir halt ne dann ist auch scheiß egal ob wir drei gold mehr verloren haben ihr leben riskiert um king zu retten dafür danken wir euch das ist ja nett du hast mir gegeben einer ring wir haben angriffswert blitzwiderstand und lichtradius ist natürlich schön dann nehmen wir den anstatt den und schmeißen den weg so danke und jetzt machen wir glaube ich mal eben einen run oder machen wir einen gräfinnen dran mal gucken ja hier geht's lang und das mit wir können hier lang gehen wieso lebt ihr denn noch habe ich euch nicht fertig gemacht ja wohl nicht sein du lebst auch noch das geht ja gar nicht so machen wir mal eben den ran hier guck mal an erforscht das kellergewölbe das tun wir ab geht der peter hier kann man schön level das werde ich auch tun eine ganze zeit hier rein ins heilige feuer so langsam weiß ich noch nicht mit der vitalität ob wir immer jetzt weitergehen sollen in der vitalität weil er so langsam könnten wir glaube ich auch mal ein paar andere sachen machen je nach ausrüstung halt musst du dann gucken aber man kann immer wieder man kann ja immer wieder riesbecken und so ist ja alles kein problem ja die fallen schon alle um hier das schon mal gut fallen alle um das ist sehr gut für uns äh sooo nämlich natürlich jetzt hier nach unten immer weiter schön nach unten gehen so äh ja weiß nicht nötig gold und heiltrank 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 nein den wollte ich gar nicht haben aber egal da haben wir jetzt mitgenommen was soll's weiter geht's in diesem turm kann man halt schön leveln auch ne das ist sehr 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 spannend weiß ich noch nicht ob ich das machen werde also wie lange oder wie viel vielleicht auf jeden fall so lange dass wir auf bis ich glaube bis ich weiß es nicht man sollte irgendwie ich habe keine ahnung wie das war ich kann nicht noch mehr tragen doch kannst du ich kann nicht noch mehr tragen das liegen ich weiß es nicht mehr ich werde das durch ich bin überladen man kann es bis bis man kann es bis 17 oder so auf jeden fall durchziehen ich bin mir nicht ganz sicher ich werde es auf jeden fall ein bisschen durchziehen bis wir mal so eine die eine oder andere sache schon mal tragen können anruhen technisch das meiste wird aber leider erst sein so ok 17 ja 17 wäre schon mal eine rüstung ne ich glaube bis 17 werde ich dann einfach mal durchziehen ich weiß nicht ob ihr da ob ihr das alles sehen wollt wenn ich hier immer durchlaufe ich meine das wird auch nicht lange das ist ja so lange dauert es dauert jetzt nicht ewig es geht eigentlich recht fix ich kann nicht noch mehr tragen es ist ja auch so dass wir hier also wenn wir mal hier reingucken bevor wir da untergehen moin na ihr ganz alone ganz alone in the dark diamanten und so hätte ich natürlich gerne ein schädel auch da sind wir dabei da ist prima wir wollen haben das gold wir wollen haben den diamanten wir wollen haben den schädel auf jeden fall und das sonst so das knall ding und eine stadt portal reise dann haben wir nämlich das weg dann können wir nämlich den ganzen krams hier mal entleeren guten tag doch als ich aus dem kloster floh habe ich den horadri malus zurück gelassen ja der horadri malus na sicher ich hole ihn dir zurück keine sorge soll ja den zwei bis sieben schaden ist jetzt nicht die masse den schmeiß ich raus den schmeiß ich raus den schmeiß ich raus den schmeiß ich sowieso raus das schmeiß ich raus blitzschaden hinzu das ist ein kleiner zauber der nimmt ja jetzt nicht so viel platz weg den lasse ich mal da drin so ein bisschen blitzschaden ne so warum nicht hier gibt es solche sachen das war schon mal ordentlich ne hier habe ich das behalten das war unser erstes zepter mit einem plus heiliges feuer ja plus eins ne weil er noch zwei sockel hat vielleicht können wir den noch mal benutzen ich weiß nicht ich weiß gar nicht was man da rein was man da rein tun könnte sollte ja genau ist ja hier schon in dem in dem nächsten dings aber das machen wir noch nicht wir gehen erstmal hier weiter so heiltrank freiltrank bla bla bolzen nö 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 naja das macht freude genau dasselbe hier oben ja moin so gold heiltrank heiltrank bogen keule von dorne und hier gibt es noch ein paar obendrauf hier kann man auch eine rüstung finden oder eine waffe wunderschön hier ist einfach toll jetzt einfach schön in einer wunderschönen hier lang und ja hier geht ja noch ein bisschen gold da ist eine tage ist schon gut wenn die insockel hätte wir noch geiler ein socke karte 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 tage so haben wir hier reingehen dann kommt schon die grafin achtung es geht sich los das war die gräfin da gibt es eine l ohne und der l ohne ist natürlich richtig ist natürlich ist natürlich richtig geil ja mega das scheiß ohne ich habe mir diesen vergessenen schatz verdient ja hasse unheimlich sondern erst mal das geld einnimmt sich ein bisschen übersichtlicher wird so was blöd ist ist jetzt halt blöd das blöd ist ja lauf noch mal durchs feuer du bist so bescheuert und die haben wir weg geknallt die alte die aber weg gewählst pass mal auf hier so dass wir nicht den baum ich den baum ich den morgen ich war mir schon mit ein bisschen platz vielleicht kann man was einsammeln das machen wir mal irgendwie so so und so und so und so und so und dies und das und hin und her jetzt schmeißen wir mal ein ja also nee das ist alles nix wir brauchen hier im wolfskopf kann man mitnehmen sehr schön ich würde gerne das ist auch noch mitnehmen deswegen machen wir noch mal ganz schnell hier in ortal auf der kiel das haus gut gemacht mein freund na klar ist es gut gemacht dass du denn so weiter hallo da bin ich wieder die macht schaden wie macht der mitsch niemand feuerwiderstand die macht schaden macht eine stufe auslösung verstärkten schaden plus drei max schaden fügt 1 bis 2 das ist immer hatte mann weg so dann hier folgen das brauchen wir nicht das ding hat leider gar nichts alle widerstände plus acht hat das teilen das ist natürlich super weil das ist natürlich geil das nehme ich erst mal wenn das jetzt noch ein sockel hätte wie gesagt wäre es ziemlich ziemlich geil wäre es richtig gut aber ist die verteidigung repariert haltbarkeit wieso kann ich das nicht so verkaufen das verkaufe ich das hat sich mal auf das kann weg das kann weg das bleibt das bleibt mir auch das bleibt das bleibt nicht habe ich gesagt so hier aus 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 immer alles immer alles dann kommen wir noch mal ein schlüssel drauf legen und wir verkaufen so haben wir das auch repariert man aber nicht haben wir jetzt repariert und jetzt können wir noch mal ein goldschutz gehen und dann können wir hier schon mal die runen wieder reinpacken so dann können wir das geld wieder reinpacken so und dann holen wir uns den rest vom fest wusch und nehmen die knüppel mit und so ne und diese sachen hier mehr war da nicht echt jetzt noch mehr in erinnerung gehabt hier ihr bescheißt mich doch ein paar fässer kaputt machen vielleicht ist noch was drin die sind nicht so hier war das kaputt doch hier gibt es noch geld aber sonst nix ne pass ok man kann wieder raus ich gehe jetzt hier zu fuß das machen wir einfach da gehen wir einfach raus die maus so immer schön raus so das war ich dann hunderttausend mal ungefähr und dann werde ich auch schon level 17 sein und eine rüstung haben wahrscheinlich eine gute also ziemlich gut oder so relativ also erstmal auf jeden fall gut und dann sehen wir weiter dann sind wir schon mal wieder ein stück weiter ein bisschen weniger zu sterben also wir wollen ja hier nicht sterben wir wollen ja hier gar nicht sterben am besten sonst müssen wir straffel zwei beginnen das wäre natürlich auch scheiße deswegen müssen wir ja durch so dann sind wir auch schon raus aus dem ohr hier aus dem ohr jetzt sagt mir noch mal wo dieser scheiß wegpunkt war der da oben genau schade dass er nicht zu sehen ist wenn man ihn sehen könnte wenn man mich richtig gut dabei ein ohr ins markt ein smarag immer gut smarag in max marag ja komm die gummi dieser ab nach hause so da sind wir das zimmer franz josef was hast du bleibt ein weiter zu nee ich hab kein zeit ich muss ja alles retten seid gegrüßt ja wüsste ich auch das ding ist gar nicht übel das könnte man auch nehmen für 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 knüppel frost und so ne aber lässt sich mal jetzt hier wenn so ein teil hier mit sockel wäre das natürlich reiche eisblitz zauberin brauchen wir auch nicht so soll ich jetzt mal so die wohl auch nicht so dann können wir hier noch ein paar steinchen reinlegen ist ja auch schön nicht wahr zack zack da ist der ab dann haben wir das und dann sind wir durch und ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten mal macht es gut rein schau schau